Der Dianartempel im Münchner Hofgarten, dem Garten der Münchner Residenz, ist ein aus der Renaissance-Zeit stammender zwölfwäckiger Pavillon mit acht offenen und vier geschlossenen Rundbogenarkaden. Er ist der Kreuzungspunkt der Haupt- und Diagonalachsen des Hofgartens. Der Dianartempel wurde zusammen mit dem Hofgarten 1613 bis 1617 im italienischen Stil angelegt und geht auf Maximilian I. Kurfürst von Bayern zurück, der Tempel bildet das Zentrum des Gartens und wurde wahrscheinlich durch Heinrich Schön um das Jahr 1615 geschaffen. Auf ihm befindet sich eine berühmte Bronzefigur, eine Kopie der Tellus Bavaria Bronzestatue von Hubert Gerhard. Das Original befindet sich im Residenzmuseum. Die Bronzefigur, die das Dach krönt, wurde 1594 von Hans Krumper geschaffen und symbolisiert die Reichtümer des Landes Bayern. Im Tempel selbst sind vier Muschelbrunnen als Wandbrunnen zu finden. Nutzung Wie der ganze Hofgarten ist auch der Dianartempel normalerweise der Öffentlichkeit frei zugänglich. Ausnahmen sind selten, unter anderem als Kulisse für Filmaufnahmen. Und der Zugang vom Audionsplatz ist bei Großveranstaltungen gelegentlich nicht möglich. Im Pavillon finden Konzerte statt und Straßenmusiker unterhalten die Parkbesucher. Abends dient er im Sommer als inoffizieller und informeller Treffpunkt für Tänzer. Diese nicht kommerziellen Veranstaltungen werden geduldet. Solange es nicht zu einer Lärmbelästigung der Anwohner oder einer Belästigung der anderen Besucher kommt. An einem sonnigen Sonntagnachmittag bildet sich mitunter eine Menschentraube, um den Tänzern bei ihrem Hobby zuzusehen. Für eine derartige Nutzung bedarf es einer Absprache mit der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, die insbesondere die Genehmigungen für die Straßenmusiker vergibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017